einen wunderschönen guten mittag heute mal zur abwechslung und zwar freue ich mich weil ich heute meinen ersten interview gast hier im forever games talk habe und zwar ist das die liebe yvonne friedl frilinde gelandt und ja ganz kurz woher kennt die frilinde und ich uns also wer mir folgt kennt sie auf jeden fall von bildern weil die frilinde ist nämlich meine reiki lehrer sind aber kennengelernt haben wir uns natürlich bei der besten company der welt forever living product wir sind nicht in einem team wir arbeiten aber crossline zusammen haben uns dort sache ich mal kennen und lieben gelernt uns ausgetauscht und dann begann für mich meine neue reise nenne ich es mal mit reiki weil irgendwann vor 22 jahren habe ich schon mal meinen ersten grad reiki gemacht habe das ganze dann aber mehr oder weniger ad acta gelegt und kam dann aber durch die wurden langsam wieder dazu und dann begann meine reise bis dahin jetzt zum reiki meister aber solltet um mich gehen weil viel viel besser kann es alles die frilinde erklären und deswegen übergebe ich direkt auch das wort an die yvonne die kann sich auf jeden fall mal kurz vorstellen und erzählen wie sie zu reiki kam und vor allem vielleicht auch mal was ist überhaupt reiki weil das werde ich super oft gefragt und ich kann es nicht so gut erklären bitteschön ja hallo vielen lieben dank jenny für das tolle intro und wird ganz rot alle so höre ja mein name ist yvonne friedl ihr findet mich auch unter der website energize your life und reiki begleitet mich eigentlich schon fast 15 jahre würde ich jetzt fast sagen wow ja und ich habe da auch mit angefangen war das sehr 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 skeptisch gegenüber aber das alles nacheinander reiki ist kommt aus dem japanischen und bedeutet übersetzt also das rei mit rei ist universeller und das ki ist die lebensenergie also es bedeutet quasi universelle lebensenergie dass man quasi wieder an die uhr quelle sich anzapfen kann energie tanken kann das ist alles aus diesem schon jahrtausende alt und aber jeder kennt natürlich auch die energiearbeit durch yoga tai chi also es ist alles irgendwie so eine energiearbeit und reiki ist halt speziell mit händen auflegen und du bist quasi im kanal empfängst quasi die universelle lebensenergie und überträgst sie dann über deine hände zu dem gegenüber oder auch zu dir selber das ist ganz kurz aber ich sage immer ich kann es ganz schwer erklären man muss es einfach mal erlebt haben mal gefühlt haben und so ging es mir zwei freundinnen von mir hatten reiki 1 gemacht und ich habe dann immer gesagt ja ihr könnt ihr alle bei mir ausprobieren und ich habe dann immer von anfang an gemerkt dass da bei mir was passiert ist also mir wurde immer ich wurde immer schon zugedeckt mit einer decke und so und mir wurde immer so heiß also ich war dann immer so hot dass ich echt die decke weggeschmissen habe weil ich gedacht habe ich ich sitze in der sauna von 60 70 grad habe dann eine schwitze angefangen mein ganzer körper hat so art ja ich würde jetzt mal sagen so gekribbelt und und hast gemerkt irgendwas wurde aktiviert aber ich natürlich als bodenständige realistische person sagt dann immer das kann man ja nicht greifen das das weiß nicht was das ist vielleicht war es auch zufall gewesen und habe mich immer so davon fern gehalten da war da mitzumachen und ganz ganz jahrelang habe ich immer gesagt ja ihr könnt mir gehen reiki geben aber lernen möchte ich das nicht also weil das ist irgendwie verstehe ich irgendwie nicht so was eigentlich und dann war ich bei einer kosmetikerin gewesen die hat auch die reiki schule bei meiner lehrerin gemacht und war auch lehrerin die war gerade in dem moment in ihrer lehrerausbildung und ich hatte zu dem zeitpunkt bilden halsschmerzen oder jeder weiß auch chakra ist kinnkopfchakra wenn man irgendwas nicht ausspricht war das irgendwie verstopft halsschmerzen keine ahnung und dann sagt sie ach soll ich dir bei der massage dann ein bisschen reiki geben und da habe ich dann gesagt ja ja klar geht und die fängt an mit reiki und ich habe nur noch farben gesehen hauptsächlich lila wie so ein wie sondern wie so ein ich sage jetzt mal wie so ein kanal wie so ein woher kommen die herzen wie so ein woher der nach oben geht in dem in dem lila und ich habe nur intuitiv dann quasi die innere stimme gehört ihr wollen du musst das lernen du musst das lernen frag nach der telefonnummer von ihrer reiki lehrerin und ich dann so im gedanken nein das ist nichts für mich das kann man nicht greifen das ist nichts was man erklären kann und dann immer wieder du musst das lernen du musst das lernen fragen nach der telefonnummer und dann habe ich war die massage fertig sage ich also bevor es jetzt wieder vergesst und mein mut verliert gibt mir mal bitte die telefonnummer von der reiki lehrerin ich glaube ich muss das lernen und so fing eigentlich mein weg an und habe mich dann zum reiki 1 angemeldet und war da immer noch sehr 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 skeptisch und ja das ist jetzt alles zufall und aber dann hat es dann doch mein leben verändert also das ganz kurz erklärt was ja aber irgendwie war das doch auch so dass du hast den reiki 1 gemacht aber dann fing das doch an man muss halt wissen die frilinde sitzt jetzt gerade in den haag die ist live aus holland zugeschaltet kommt aber eigentlich aus aschaffenburg und hat nicht deine reise auch so angefangen dass du dann während du oder nachdem du mit reiki fertig warst dann umgezogen bist auch nee das ging dann so ich sage immer ein kleines schrittschirm ging das los erst mal war der reiki 1 grad ist ja dann eigentlich dass du erst mal wieder eben damit in verbindung kommst dass du auf den körper hörst dass dies mit reiki 1 lernst du ja dann die grundgriffe als die grundposition wie du dich selbst und andere behandeln kannst und es stärkt natürlich auch deine intuition und auch dein körpergefühl also du du wirst eigentlich intuitiver und du hörst mehr und gefühliger also man sagt natürlich auch sensibler ich würde es aber gar nicht sensibel nehmen ich würde es eher so gefühlvoller werden dass du einfach mehr gefühl für deinen körper und für dein umfeld registriert und dann nach einem jahr habe ich dann die reiki 2 also ausbildung gemacht und da ist ja dann so dass man dann noch mal das gelernte noch mal mit zeichen verstärkt die jetzt zum beispiel zum verschicken zum ausbalancieren oder zum verstärken und da fing bei mir eigentlich die wirkliche reise an weil nach diesem seminar kam dann bei mir intuitiv ich habe leider keine kinder gesagt nicht mehr möglich weil ich ich habe damit kein problem aber ich hatte dann das gefühl ich muss was mit kindern arbeiten und ich muss mir eine auszeit nehmen und es war so stark intuitiv dieses gefühl dass ich montags zu meinem arbeitgeber gegangen bin und gesagt ich nehme eine auszeit von drei monaten wie ihr das regelt ist mir eigentlich egal aber ich gehe weg und der habe mich dann angeguckt sagte ja okay wie kriegen wir das hin sagt das kriegen wir hin haben dann einen plan gemacht wer quasi meine aufgaben für die zeit übernimmt ich habe urlaub genommen habe unbezahlten urlaub und unbezahlten urlaub genommen und war dann für drei monate in namibia in einem im kindergarten in den townships und da fing eigentlich erst meine reise wirklich an also nicht sagen da war ich da war ich jahre ist das her ist genau zehn jahre genau zehn jahre hier ja da habe ich auch meine eine meiner besten freundin kennengelernt mit der stoppe natürlich sehr gut in kontakt bin und ja und bin auch immer noch in kontakt mit namibia und dann fing natürlich meine reise an was willst du in welche richtung willst du gehen und das war 2014 und dann hatte ich einen neuen job als assistentin vom vorstand angenommen aber die reise geht ja dann immer weiter also du machst dann deine reiki meister ausbildung und du entwickelst dich dann weiter immer in dieses was will ich eigentlich vom leben in welche richtung würde ich gerne gehen was ist mir wichtig was ist mir nicht so wichtig würdest du gerne reisen also diese fragen kommen dann wirklich hoch und wenn durch das reiki und durch die reiki energie eigentlich dann auch unterstützt und verstärkt und dann war bei mir halt der drang nachdem ich so kurz vom burn out eigentlich war ich muss aus deutschland raus ich hatte auch intuitiv das gefühl gehabt ist ein neuer job in frankfurt gegend oder so würde mir nicht nichts weiter bringen da wäre ich zwei jahre später am selben punkt und ich wusste ich muss ins ausland aber warst du nicht auch noch mal irgendwie in wien vorher nachher das war schon viel früher ich war 95 in wien ach ok gut dann schon war das noch gar nichts mit reiki oder irgend sowas genau aber vielleicht war schon der erste schritt ich habe dann wann habe ich mit yoga angefangen das muss gewesen sein 2008 2008 2004 mit yoga angefangen eine 100 stündige yoga ausbildung gemacht das ist so pre yoga teacher training ähm und dann habe ich das aber wieder zur seite geschoben aber eigentlich war ich schon auf diesem weg 2004 2003 2004 und habe das wieder so beiseite geschoben wie man es halt immer so gern diese intuition diese innere stimme zur seite schiebt ne und bis ich halt dann wieder immer mehr auf diese innere stimme gehört habe und da hat mir natürlich das reiki der reiki weg natürlich sehr geholfen und natürlich auch der umzug dann in die niederlande aber ich muss jetzt auch mal fragen was hat was machst du eigentlich oder was hast du alles ne also genau yoga du bist reiki lehrer sogar ja ich bin reiki lehrer genau das heißt ich darf ausbilden ich darf reiki bis zum lehrer grad ausbilden genau aber du machst du hast auch mehr gemacht ne ich habe yoga yoga lehrer ausbildung die 200 stunden plus 100 also eigentlich 300 yoga lehrer ausbildung mit hatha yoga und vinyasa yoga ich habe hypnose ausbildung gemacht massagen ausbildung mit ätherischen ölen und auch andere weil wenn man so sich mal in diese materie eigentlich mit einsteigt bei reiki kann ja immer noch mal blockaden auch gelöst werden und durch die bei manchen löst es halt schneller und bei manchen nicht so schnell wo es ein bisschen dauert und dann sind natürlich solche tools wie yoga oder massagen weil sich das natürlich traumaten im körper festsetzen ganz hilfreich und wie du auch natürlich aus der erfahrung weißt hypnosen sind unwahrscheinlich ja sinnvoll und auch heilsam weil da kann man natürlich noch mal das das meint also den gedankenfluss ausschalten und wirklich ins unterbewusstsein gehen und gucken was ist da eigentlich los und warum bin ich so wie ich bin oder warum verhalte ich mich in gewissen situationen so und würde das gerne ändern zum beispiel ja das stimmt ja also ein allrounder auf jeden fall ja ne wir waren wo waren wir bei reiki zwei dass du nachher nie hier bist genau genau und danach habe ich dann angefangen mit meinem meister der dann auch über ein jahr ging oder auch eineinhalb jahre und dann vielleicht eine pause dazwischen und dann bin ich aber in die lehrerausbildung was dann auch nochmal durch den umzug dann in die niederlande fast zwei jahre gedauert hat ja wahnsinn ja beim meister ist es halt so das ist eine persönliche weiterentwicklung da gehst du deinen weg und deinen weg mit reiki also das ist eigentlich der weg des meisters und dem lehrer weg lernst du dann quasi nochmal wie unterrichtest du wie tust du workshops aufbauen was gibst du weiter was ist eigentlich reiki wie finden die einweihungen statt was ist die ölmischung die du ja dann bei den einweihungen hast und ähm all solche dinge wenn dann nochmal weitergegeben genau es ist wirklich faszinierend aber wenn man es mal so zusammenfasst das heißt also du machst die ausbildungen ja aber du gibst auch behandlungen ne man kann auch bei dir eine behandlung buchen und genau auch fernbehandlungen buchen ne man kann auch fernbehandlungen buchen das geht auch durch den reiki zwei natürlich und natürlich durch auch den meister und lehrer grad ähm dass man das auch verschicken kann das ist da hebt man quasi raum und zeit auf was natürlich wieder so nicht greifbar ist aber ähm in der coronazeit zum beispiel war das ganz hilfreich weil in der coronazeit haben die meisten menschen die ersten drei chakren waren so wenn man so ein bisschen mit den chakren theorie reingeht das erste das wurzelchakra ist ja dieses bodenständige dieses verwurzelt sein dieses wirklich standhaft ähm in deinem gewohnten umfeld und äh solaplexus ist das dritte chakra wo der angst ärger und die ganzen emotionen festhängen und wenn die die energie bahnen nicht frei sind dann dann stockt es irgendwie dann hängt man irgendwie fest dann hängt man irgendwie die luft und in der coronazeit habe ich ganz viel ähm seinbehandlungen gemacht mit chakrenreinigung und habe das dann mit reiki wieder aufgefüllt und es ist wirklich du hast ja auch schon erfahren man spürt es einfach das ist fast wie als würde ich neben dem klienten stehen und würde meine hand so auflegen also ich finde es echt faszinierend deswegen man kann es nicht erklären man muss es einfach mal erleben das stimmt genau ich glaube die geschichte von also wir haben ja auch einige reiki literatur nenne ich es mal ja ich glaube wo ich meinen ersten grad gemacht habe hatte ich auch so ein komplett anderes buch aber ich kann es irgendwie nicht mehr finden ähm aber wenn ich mich so recht an die geschichte erinner war das ja ein mönch aus dem kloster der auf dem berg ist und hat dort ähm meditiert richtig also das war der dr mikau usui ähm der in der kloster war und ähm hat sich natürlich nochmal ähm um heilungen oder um selbstheilungskräfte aktivieren man hat es wahrscheinlich nicht selbstheilungskräfte aktivieren genannt und früher war diese reiki energie in dem japanischen eigentlich nur diesen mönchen in den kloster vorbehalten und die haben das diese obersten lehrer haben das eigentlich nie ähm weitergegeben die haben das einfach nie weitergegeben und dieser mikau usui der hat halt sich dann fragen gestellt und dann hat es geheißen ja die musst du du musst dann quasi selbst dahinter kommen und er hat gesagt er muss doch irgendwie was geben äh wie jesus zum beispiel die hände aufgelegt hat also solche sachen da muss es doch irgendwas geben die mönche haben es ihm aber nicht weitergegeben und erst dann ist der kloster schule raus und ist auf ähm erst auf wanderschaft gegangen und ist dann quasi auf er hat dann quasi intuitiv gespürt er muss auf diesen berg und 21 tage meditieren oder sowas und in diesen 21 tagen er hat er quasi dann diese grund sagt man diese grundposition geschickt bekommen und auch was mit reiki 1 reiki 2 und auch wie die ganzen weiteren wege sind zeichen auch zeichen auch die hat er gekriegt manchmal sind die auch ein bisschen leicht verendet weil es dann auch natürlich auf der weitergabe gab es natürlich keine digitalisierung es wurde nichts aufgeschrieben ne deswegen ist es auch so wichtig immer die es gibt ja immer das zeichen und das wort dazu dass man dann das wort auch dazu sagt ähm und der hat dann angefangen das zu lehren und weiterzugeben und deshalb sind wir heute in der lage ähm mit reiki zu arbeiten und ich finde es immer noch wichtiger in der heute speziell in der heutigen zeit dass man tool in der hand hat wo man sich selbst und andere unterstützen kann ich soll letztlich sagen heilen aber unterstützen kann aber er hat ja tatsächlich geheilt ne also kamen ja viele menschen zu ihm also genau geheilt genau geheilt weil natürlich die selbstheilungskräfte aktiviert werden oder es kommt natürlich dann auch ich sag's immer beim beim reiki so ähm der reiki gibt dir quasi einen impuls dass du in deinem leben einen schritt weiter gehen kannst wenn du natürlich den impuls ignorierst ähm geht's natürlich nicht weiter dann bleibst du natürlich auch stehen also wie zum beispiel ein kopfschmerz oder eine nackenverspannung oder irgendeine kleine krankheiten ist ja ein zeichen vom körper dass irgendwas aus der balance ist und mit reiki kann man das quasi wieder im balance bringen und man kommt vielleicht auch intuitiv die idee hm vielleicht müsste ich das und das ändern ja wenn ich nichts ändere passiert halt dann nichts dann kommt dieses wehwehchen sag ich jetzt mal auch wieder zurück und man geht auch nicht weiter man bleibt dann einfach stehen mehr blockiert dann ich finde halt reiki erweitert natürlich auch den horizont total ja also ich muss sagen ich erinnere mich natürlich nicht mehr total gut an mein erstes mal wo ich den reiki gerade eins gemacht habe ich weiß aber das ging auch über zwei tage halt samstag sonntag und es war wirklich schmerzhaft also ich habe echt geweint also da hat sich bei mir ganz viel aufgelöst und natürlich muss man sagen auch wie die Yvonne sagt wenn man das ganze ignoriert ich habe natürlich in meinem leben immer eine richtig gute intuition gehabt ne und ein gefühl für irgendwas ein gefühl für menschen ein gefühl für situationen für dinge also dieses öffnen für diese universelle energie war ja da ob man das jetzt will oder nicht und man spürt das halt auch aber wie du sagst ob man dann halt dem ganzen folgt oder das ignoriert ist halt eine sache ne aber man merkt es auf jeden fall ja und ich sage ja jeder kommt ja auf die Welt mit diesem ich sage jetzt mal mit dieser Fähigkeit sich mit dieser universellen Lebensenergie zu verbinden aber durch die Kindergärten durch die ganzen Strukturen in denen wir reingeprisst werden in die Schulen was du alles gesagt bekommst wie du dich zu verhalten hast wird es ja weggedrückt also ich war ja genau so eine die dann quasi intuitiv dann gesagt nee wenn ich aber rationell jetzt denke das kann nicht sein Bauchgefühl was ist das davon kannst du auch kein Geld verdienen kannst du auch nichts kaufen davon so hab ich schon am Anfang aber ich muss ganz ehrlich sagen viele wissen gar nicht mehr was sagt denn mein Bauchgefühl und ich sage dann immer geh nochmal zurück in diese Situation wo du vielleicht eine Entscheidung treffen solltest und die ersten zwei Sekunden was dein Gefühl sagt von deinem Bauch raus das ist deine Intuition gleich danach kommt das fängt der Verstand wieder an der rationell denkt sagt ja nee das kann ja nicht und das nee du musst ja das und das und das und das machen ähm ist aber nicht immer der richtige Weg und da musste ich auch erst wieder hinkommen ja also ich sag mal ich hab immer oft gesagt also ja der Dom hat immer gesagt ah du hast wieder im Urin gell als wir zum Blum ausgesprochen also davor bevor wir jetzt auch wieder mit Reiki angefangen haben hab ich immer ganz oft gesagt ah warte ab das kommt so und so glaub an meine Worte hab ich irgendwann mal so einfach gesagt und dann irgendwann ja zwei später manchmal ein halbes Jahr später manchmal nur vier Wochen später war es dann auch so und dann hat er immer gesagt du Hexe hat er immer gesagt aber das war halt wirklich einfach so ein Gefühl ne das ist halt ja es gibt viele Menschen die behalten das auch diese intuitive Gefühle die gehen dann nach nach dem Bauchgefühl und ähm auch dieses Aufladen ich meine jeder weiß wer kleine Kinder hat die werden irgendwie nie müde ja und bis drei vier Jahre denkst du dir wo haben die die Energie her ja und wenn du jetzt einem kleinen Kind Reiki geben würdest das reicht fünf Minuten sind die wieder voll aufgeladen ne ähm die haben das noch in ihrem natürlichen ähm Umgang mit dieser Energie wissen die noch was die zu machen haben bis die halt die in diese Strukturen gepresst werden und viele Re haben ja dann quasi so einen virtuellen Freund mit denen sie reden ähm wo du dann sagst hä der spinnt der muss zum Psychologe ne das ist alles okay das ist alles Teil der Entwicklung ne ja das stimmt ja ja genau aber es ist auf jeden Fall mega mega interessant und ja ich bin auch wirklich dankbar dass wir darüber gesprochen haben und wir wieder zusammen den Weg gehen sage ich mal ja ich muss sagen bei meiner ersten Reiki Lehrerin also das ist tatsächlich eine Freundin von meinem Papa und ähm bei ihr ist es so die ist so zu Reiki gekommen die war wirklich sehr sehr krank also sie hatte Krebs war schon ähm im Hospiz und hat dann kam dann zu Reiki und hat sich wirklich mit Reiki selbst geheilt und jetzt kann man natürlich auch sagen ja es ist Hokuspokus stimmt das alles hin und her aber wie gesagt ist halt eine Freundin von meinem Papa und er kennt die halt wirklich schon von Jugendjahren an und hat das halt miterlebt dass es halt wirklich auch so war ne und äh das ist natürlich auch das ist natürlich eine mega story ne ja das würde ich jetzt nicht sagen dass jetzt Krankheiten heilt ne aber es kann natürlich unterstützen äh in deinem Heilungsprozess weil natürlich ein Mindset Change stattfindet also das Mindset wird dir dann eigentlich verändert genau hast du eine andere Sichtweise dann da drauf beziehungsweise hörst dann mehr auf deinen Körper zum Beispiel ja genau ich denke auch dass es genau das ist weil wie gesagt sie hat es für sich erkannt und ich meine es ist ja auch bekanntlich dass jegliche Krankheiten wirklich von der Psyche irgendwo ausgelöst sind ne Ängste, Wut, Sorgen ne und klar wenn man die dann eben beheben kann dann ist klar ne dass man da die Selbstheilung sag ich mal anregt ne also es gibt ja auch genug Bücher wo dann drauf steht heile deinen Körper zum Beispiel ähm von der Luise L. Hay zum Beispiel oder vom Dahlke gibt es ja auch so Bücher mhm wo man echt gucken kann äh was für Beschwerden habe ich und dann steht meistens ein Glaubenssatz dahinter ja wo man eigentlich vielleicht bewusst oder unbewusst das in sich hat und dadurch vielleicht ähm diese Disbalance im Körper entstanden ist also da glaube ich schon ganz lange dran bevor ich überhaupt mit Reiki angefangen habe ja wo ich mir denke wenn man vielleicht einen gewissen Weg geht dass man dann dadurch sich wieder in eine andere Richtung manifestiert glücklicher ist zufriedener mit sich ist und dann natürlich gar kein nicht so anfällig ist ich meine ich habe es auch selbst erlebt äh in dem Phasen wo ich nicht so glücklich war in meinem Leben oder in meinem Job ich war einmal im Monat krank ja und ich muss sagen seit ich in den Niederlanden lebe wo ich wirklich sehr sehr happy und glücklich bin und äh der Nahrzeichen müsste ich schon zur Stadt überhaupt für mich ähm fast nie ja stimmt wenn man happy ist ne dann klar erkennt man sich mal aber dann sagt man oh ok ich habe ein bisschen Halsschmerzen ich mache mal ein bisschen langsamer ich ruhe mich mal ein bisschen mehr aus und dann ein zwei Tage oder den nächsten Tag später sag ich ach geht wieder vor allem vielleicht dem Körper die Ruhe gegönnt hat und man muss sagen du warst ja schon auch schwer krank ne ja 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 ich war auch schon aber ja da waren natürlich die Ärzte ich will jetzt denen keinen Vorwurf machen aber die konnten mir in dem Moment nicht helfen ja das war dann ein langer Weg und durch Yoga und durch Reiki bin ich natürlich dann auf eine andere ich sag jetzt mal Lebensweise auch gekommen was mir gut tut ne ja ja und wenn man halt dann so bewusst wird ähm durch das Reiki und ich meine ähm du weißt es dass ich morgens aufwache und gebe mir so Reiki und so einschlafe das ist wie Zähneputzen bei mir ne ähm da denke ich überhaupt nicht mehr nach ja einfach auch so ins Körpergefühl zu kommen und wieder auf seinen Körper zu hören ne also das ist ja auch das ist ja Gold wert ne also meine Tante zum Beispiel ja gar nichts mit Reiki oder sonst was zu tun aber die hat mir letztens erzählt dass sie das merkt wenn ihr Körper etwas abstößt also wenn sie was essen will und ihr Körper stößt es ab und so hat sie entdeckt dass sie eine Ananasallergie hat weil sie hat sich dann gezwungen weil sie sich dann auch eingeredet hat ah du fängst an zu spinnen und jetzt ess mal das Müsli mit der frischen Ananas das ist doch gut ne und da wäre die fast ähm also wenn die nicht reagiert hätte erstickt ne da ist der Hals angeschwollen und die hat dann halt für sich überlegt okay was was habe ich denn jetzt gemacht weil es kam halt später erst die Reaktion und dann hat sie gesagt ach ich habe die Ananas gegessen und so ist die drauf gekommen und sie sagt selber jetzt wenn sie etwas isst und merkt dass es gegen sie geht irgendwo dann hört sie auf und dann ist alles gut ich hab das mit Fleisch ne ja ich sag zum Beispiel Flexitarier und sag immer aber früher hast du das natürlich gegessen also hatte ich Probleme natürlich mit meiner Verdauung äh mit allem mögliche hatte immer so einen dicken Blähbauch gehabt ne und bis ich irgendwann mal festgestellt habe sobald ich Fleisch esse bekomme ich Bauchschmerzen aber richtig ja deswegen habe ich dann ich meine ich esse dann manchmal Fleisch weil ich einfach mal so Hunger drauf habe ja ähm was aber auch wieder intuitiv vom Körper ist du brauchst jetzt da irgendwas in dem Fleisch drinnen dann esse ich das auch aber ich weiß ich krieg Bauchweh das liegt mir wie Wackersteine im Magen ja es ist bei mir wie mit Laktose ne ja also ähm ich merke auch morgens ein Brot essen ist für mich ganz schlecht deswegen liebe ich von der Meri den Mandelbrei den mache ich mir morgens dann mit äh mit dem Eiweiß mit rein und hin und her und dann ist alles gut da habe ich was warmes mein Körper kann damit arbeiten und ich habe keine Bauchschmerzen schmerzen kann aber da bin ich auch erst hingekommen durch dieses Bewusstwerden in den in die Reiki in die Yoga Welt und ich sage halt viele finden eigentlich den die Connection zu Reiki nicht weil es einfach so hokus pokus klingt ja die sagen dann ah ich bin nicht so spirituell und ähm aber eigentlich ist es nichts spirituelles es ist einfach nur wieder mit deinem Körper arbeiten auf deinem Körper hören und du findest halt dadurch wieder den Zugang zu deinem Körper ja das stimmt viele Menschen deswegen habe ich jetzt auch mit Massagen angefangen weil dadurch äh mit Massagen die merken das natürlich dann körperlich da habe ich eine Blockade da habe ich eine Blockade das tut weh das tut weh und am Ende gebe ich den 5 Minuten Reiki und dann sage ich aha das war total entspannend und ich bin total runtergekommen und sage ich das ist Reiki da finden die dann eher den Zugang aber wenn du jetzt einem anbietest der Reiki Kurs sagt oh ne ich habe mit Spiritualität nichts am Hut ja das stimmt obwohl es eigentlich wirklich wie du sagst ne also das ist ein ganz normaler Kurs man lernt die Grundgriffe man lernt es sich selber zu geben man lernt es anderen zu geben und im Prinzip ist es ja kann man ja ab dem ersten Grad damit arbeiten kann man Reiki Behandlungen geben genau genau und der Zweier ist eigentlich auch wenn man es so sieht ne Fernbehandlungen verstärken und man kann mental ne und eine mentale Behandlung ja mit zum Beispiel Glaubenssätzen verändern oder so ja geht auch gut und das macht es für mich eigentlich rund also ich sage um wirklich das runde Reiki Paket zu haben solltest du schon den Einser und den Zweier machen Meister und Lehrer ist wirklich nicht zwingend notwendig ähm ich merke das zum Beispiel jetzt auch hier in den Niederlanden ich gebe ja auch Kurse in Englisch und vielleicht auch in Niederländisch zukünftig ähm die wollen das nur die Grundbegriffe lernen und dann gehen die in das nächstes über dann machen die NLP Ausbildung oder Tai Chi oder gehen die Yoga Schule oder so und der Deutsche ist dann mehr so ähm der dann sagt ne ich mach das jetzt komplett zum Schluss genau genau weil sie einfach weiterkommen wollen in der Materie dann auch ne ja ja also ich sage mal so der Meister ist ja auch eher wirklich so Persönlichkeitsentwicklung ne also man lernt sich selber noch besser kennen ja und ich sage ja immer ihr Meister spiel dir das Leben die Themen zu in denen du arbeiten sollst ja das stimmt das weißt du und alle ich habe im Moment aktuell ja fünf Meister ähm alle fünf geniegend ja also man muss wirklich sagen das ist also A man muss nicht dran glauben ne also Reiki wirkt wenn man es bekommt wirkt es ne ob ich jetzt dran glaube oder nicht ich meine zum Beispiel der Dommer ist ja auch jemand ah ihr mit eurem Hokus Pokus aber da lässt sich natürlich auch Reiki Behandlungen geben ne also auch von der Jessie und von mir zusammen dann und der spürt schon es wird warm es wird kalt es wird so ne also das spürt er schon ne aber also ich denke auch schon dass er eine Veränderung merkt aber er kann es halt auch alles halt greifen aber im Endeffekt ist es ja wirklich raus aus der Komfortzone ja also man arbeitet ja wirklich also es ist wirklich auch was für einen selber wenn man einfach weiterkommen will und vielleicht auch manchmal stockt und nicht weiß wie soll ich jetzt weiterkommen oder wie höre ich wieder auf mich selber oder wie folge ich meiner Intuition was will ich vom Leben was ne dann ist es natürlich sehr hilfreich weil man sich einfach wirklich gut kennenlernt und halt wirklich so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung hat ne auch ja oder auch ein Tool zu haben was ich jetzt ganz wichtig finde dass du dich einfach wir sind so eine schnelllebige Zeit und alles ist so hektisch und wir hatten jetzt das Thema dass im Winter jede euch kommen überhaupt ne ja Winter ist einfach mal Silenzio mal ausruhen früher geht es wieder los ähm durch die schnelllebige Zeit ähm fehlt uns dann meistens die Energie und dann hast du ein Tool an der Hand wo du dich einfach sagst ey ich gebe mir jetzt einfach mal selber Reiki und lade mich wieder auf ja das stimmt dann kann man mit neuer Energie ähm dann wieder in den Tag starten oder abends bevor ich ins Bett gehe mir das nochmal mich behandeln und dann dann schläft man auch besser man schläft nicht mehr so unruhig und ähm also man kann halt dafür ganz viel machen ich bin ja eine Verfechterin von einer die sagt ähm ich gebe euch Tools an die Hand die ihr im Alltag nutzen könnt ja also das ist immer meine Devese nichts behalten ich will nichts von mich behalten ich möchte dass die Leute auch was mitkriegen dass die äh sich dann auch selbst äh versorgen können ne ja also ich meine es geht ja auch wirklich darum zu sagen in erster Linie ich mach das für mich also natürlich kann man den Kurs machen und es ist natürlich wünschenswert für alle die Reiki machen dass die Leute das auch weitergeben wollen ne und dann auch Behandlungen geben und weitermachen aber ich sag mal in erster Linie macht ja das auch jeder für sich ne um sich selber wieder zu verbinden mit der Energie um wieder auf sich selber zu hören auf seinen Körper zu hören ne also ich denke viele denken auch ah ja wenn ich das jetzt mache aber ich will doch gar keine Behandlung geben und so ne aber darum geht es ja gar nicht es geht ja wirklich darum sich um sich selber zu kümmern und ich finde das ist sowas das macht man viel 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 zu wenig ne einfach zu sagen ich mach jetzt mal was für mich wo ich dran arbeiten kann und wie du sagst ich hab einfach mal ein Tool für mich um mich selber ein Stück weit zurückzunehmen und zu sagen hier ich gönne mir jetzt mal diese halbe Stunde Reiki und nehme mir das selber mal eine Auszeit um einfach sag ich mal diesem Hamsterrad ne zu entfliehen auch irgendwo ne genau mal was für sich machen weil ganz viele nutzen auch Reiki und um das ihren Kindern zu geben also so kleine Kinder ich meine man kennt das auch intuitiv wenn die Bauchfinger haben ist die Hand auf dem Bauch und du kreist das das ist schon so eine Art auch Reiki geben oder wenn jemand sich übergeben muss hältst du die Stirn ich weiß auch nicht warum er die Stirn hält aber das ist so intuitiv ne ich hab auch schon Tieren Reiki gegeben also ja mein Papa auch ähm kenne ich das Beispiel von unserer Sonja wie der James noch da war der hatte einen goldenen Retriever Hüftprobleme wir waren im Wald spazieren und der hat dann ist die Hintertoten so weggesackt und der ist einfach nicht mehr hochgekommen und dann hat die Sonja mich angeguckt und dann sag ich James da hab ich den 10 Minuten auf die Hinterpfe und ich meine hört sich auch spooky drin und der hat mich dann angeguckt und hat mich dann abgelegt weil der so dankbar war und die mich in der Pfoten sind mit der hoch und der konnte heimlaufen ja da kannst du jetzt auch streiten war es jetzt die Reiki-Energie hat er sich vielleicht wieder berappelt und Kraft ne ja aber es ist einfach so es hilft und vor allem finde ich es verbindet auch ne also man lernt auch ganz tolle Menschen auf der Reise kennen ne ja finde ich auch und ich will sagen toll jetzt ich hab ja bei dir in Mannheim also in Grünstadt den Kurs gemacht und auch in Aschaffenburg und auch in jeder Niederlande und überall bin ich ja immer der Verfechter dass die immer so sich selbst treffen also die sich alle treffen ja und tauschen machen und die Aschaffenburger Gruppe treffen sich jetzt diese Woche ähm ähm Mittwoch und ähm ihr macht das ja auch schon regelmäßig immer in Grünstadt und in den Niederlanden machen wir das auch einmal im Monat und das gibt auch nochmal wahnsinnig äh viel Input man tauscht sich aus wie machst denn du das was hast du denn da erlebt ne weil man kann schon einiges erleben wenn man auch jemand anders behandelt ne also viele ich sag dann immer das erste Mal wenn du Reiki kriegst kannst du vielleicht einen Traum haben einen ganz wilden Traum in der Nacht ähm oder du fühlst dich einfach ausgelaugt du kannst während der Behandlung Farben sehen oder Formen du spürst die Wärme du fühlst ein Kribbeln und ich sag immer die verschmelzen einfach mit der mit der Massagebett weil die einfach so entspannen und runter dass sie dann manchmal gar nicht mehr wissen wo bin ich jetzt gerade eigentlich ja ich die hier zurückhole ähm und das finde ich einfach das Schöne dieses Gefühl zu haben einfach mal wieder und dieses Verbundensein dieses ähm auch um Unterstützung bitten nicht so hey ich hab da eine Prüfung kannst du mir da Mariki schicken oder so das finde ich auch ganz toll dass das dann in dieser Community dann stattfindet ja das stimmt ja wenn man jetzt mal sachlich sieht also der Reiki 1 sind zwei Tage immer ne Reiki 1 und Reiki 2 sind immer in Wochenende ich hab's auch schon unter der Woche gemacht ne ich hab's auch schon eins zu eins gemacht ähm aber ähm ich sag immer man sollte es immer in zwei Tagen machen weil der erste Tag ist schon so viel Input und natürlich sind da nur noch Kleinigkeiten die aber du musstest erst mal verarbeiten du bist mit der Energie in Kontakt du hast die Einweihung die ersten zwei beim ersten Grad sind ja dann vier Einweihungen wo immer zwei zusammen gemacht werden ähm das macht was mit dir das macht was mit deinem Körper und deswegen sage ich immer zwei Tage damit du das besser aufnehmen kannst beim Reiki 2 auch zwei Tage und der meiste ist ungefähr ein Jahr ich sag mal zwölf Monate und der Lehrer ist eineinhalb Jahre ungefähr aber Meister und Lehrer kann man auch online machen ne genau das geht auch online genau wo ich dann immer versuche dann auch mal ab und zu zwischendurch eine Live Session zu machen also machen wir dann immer wenn ich in Deutschland bin dass wir uns ja aber online geht es auch wunderbar ja ja finde ich auch also das finde ich auch angenehm da dran weil es ist natürlich trotzdem viel einfacher online einen Termin zu finden ne wie offline sage ich mal aber natürlich ist es live immer schöner wenn man sich live sieht aber praktischer ist es einfach online und das ist auch dass ich halt in Niederlande bin genau weil die Yvonne ist in Holland ja und da klappt das aber auch so aber gut ich bin ja auch bestimmt ein paar Monate immer mal wieder in Deutschland wo ich dann auch Termine habe wo ich dann sage hier da ist auch mal möglich dass man sich trifft mal vielleicht persönlich kennenlernen das ist halt dann alles eine Planungssache wo ich dann sage okay ich weiß genau da und da bin ich sowieso in Deutschland da kann man dann auch was vereinbaren ich habe auch in Deutschland meine Massagebett deponiert dass ich das nicht mehr hin und her schleifen muss also ich habe auch alles in Deutschland ich habe alles hier wie gesagt wenn einer Interesse hat der kann sich jederzeit bei mir melden oder noch Fragen hat bin ich da jederzeit ja auf jeden Fall also wer auf jeden Fall wer Fragen hat Kommentare hier unter das YouTube Video bei Spotify weiß ich gar nicht kann man da auch Kommentare machen ja keine Ahnung ich will auch irgendwann einen Podcast machen weil ich ja auch immer dieselben Fragen gestellt kriege wie was ist Energie und zum Beispiel die Auferreinigung Schatka Reinigung das will ich alles online stellen und da komme ich jetzt so langsam hin jetzt mit meiner Webseite die jetzt erst seit November online ist kommt es dann so Stück für Stück genau aber wer jetzt Fragen hat kann bei YouTube einfach in dieses Kommentarfeld reinschreiben die Frilinde beantwortet es dann auf jeden Fall wir beantworten es wir fragen dann ja dann auf jeden Fall die Webseite die verlinken wir auch hier da könnt ihr direkt draufklicken und bei der Frilinde am besten direkt Reiki buchen ich kann es nur empfehlen ja sehr aber sie macht ja noch andere Sachen also man kann auch gerne Hypnosebehandlung buchen auch das geht online also ich habe das letztes Jahr sehr intensiv online gemacht es war sehr sehr hilfreich ja und also ich finde es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht ob online oder offline also bei Hypnose muss ich vielleicht kurz noch was mit dazu ja weil Hypnose ist immer so ein hatte ich auch so ein leicht negativ behaftetes Wort würde ich jetzt mal sagen ähm ähm aber Hypnose ist ja nichts anderes wie eine Meditation dass du einfach nur tief ins Unterbewusstsein gehst wo du zum Beispiel Blockaden lösen kannst du kannst ähm Raucherentwöhnung machen Gewichtsreduktion machen du kannst in tiefen Themen nochmal reinsteigen ähm wo du sagst da würde ich gerne nochmal was arbeiten es gibt interaktive Hypnosen es gibt so viele Sporthypnosen wenn ich ein Ziel erreichen will ähm und es ist nichts Schlimmes also es ist nicht so dass du machst hier und du bist weg sondern du bist einfach in der tiefen Meditation drinnen und dein Unterbewusstsein reagiert also das Sporthypnosen generell für Sportler nee das heißt für wenn du das lieber erreichen willst oder ja zum Beispiel es gibt ja das ist dieses Mentaltraining auch wo zum Beispiel ähm Sportler die ähm irgendwie ein bisschen Spiel oder die laufen wollen und sagen ich schaffe das nee ich schaffe das nee und dann gehst du einfach mit Sporthypnosen in die Hypnose rein und dann suggestierst du es es ist auch eine Glaubenssatzänderung du kannst auch mit Superlearning also wenn jemand Prüfungsangst hat kannst du auch wollte ich gerade sagen arbeiten wo du dann sagst du nimmst es besser auf du äh weil du blockierst dich ja dann damit ja und dadurch dann diese Blockaden quasi auflösen um dann diese Tests besser zu schreiben den Marathon besser zu laufen oder den Triathlon viele ich kenne auch einige die haben Ironman die haben sich auch immer so einen Sportpsychologe oder Hypnose gemacht damit die mental eigentlich gestärkt sind also da kann man ganz viel machen also ich kann es nur empfehlen ich finde es mega gut demnächst machen wir ja auch wieder eine Sitzung also für alles weil man einfach also mir hat es auch einfach geholfen runterzufahren ne einfach mal wirklich so eine Auszeit aus dem Alltag runterfahren Blockaden lösen ne also das wirklich sehr sehr gut und du siehst ja dann auch wie die Hypnosen die mir gemacht haben jedes Mal kam also am Anfang waren dann ganz viele Themen und dann wurde das ja so richtig hat sich das so rauskristallisiert was wirklich das Hauptthema ist wo wir dran arbeiten sollten ja das geht dann so in kleine Schritte also ich sage dann immer es geht nicht von heute auf morgen was zu verändern sondern das geht wirklich in kleine Schritte wie bei Niederländisch ich sage Stepje for Stepje Step by Step also von daher das ist halt immer ein Weg mit dem man sich entscheidet und den dann geht quasi das auch das Commitment gibt ja und dann macht die Friedlinde gibt auch Massage also das ist natürlich vor Ort das ist dann nicht online ne genau und sie macht auch Retreat und es ist jetzt auch ein Retreat genau da kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen weil wir nämlich für kurz entschlossen die können da gerne noch mitmachen sehr gerne also es sind noch ein, zwei Plätze frei also je nachdem wie die Zimmer dann noch frei sind wir machen jetzt ich habe schon ein paar Retreats gemacht immer so ein Tagesretreat wo ich dann immer als Wohlfühltage deklariere wo man einfach auch mal wieder runterkommt mal wieder sich wirklich runterfällt was will ich eigentlich und einfach mal wieder Ruhe hat das mache ich meistens vor Weihnachten und will aber das jetzt so alle vierten Jahr mal machen und mache aber jetzt auch das erste Mal ein dreitägiges Retreat ein Selfcare Wochenende nennen wir es oder auch Detox Wochenende wo wir quasi entgiften die Leber auch entgiften und einfach auch zur Ruhe kommen mit Yoga wo ich auch Übungen mitgebe die in Alltag jeder machen kann wo man sagt man soll zwischen morgens vielleicht mal rechnen und strecken mit Atemtechniken mit Atemübungen mit Meditationen mit Silent Walk also mit Spaziergängen vielleicht lässt das Wetter auch zu man kann barfuß draußen laufen das wäre schon mal so eine Überwindung wieder ja aber das ist Wahnsinn weil man sich wieder mit der Mutter Erde verbindet ich weiß diesen Erdkontakt stärkt das Wurzelschakra und ganz viele Sachen machen wir da noch also ich habe da tausende Ideen und es ist die die Mikronährstoff-Expertin die Marie-Louise Treuling ist dabei die Heilpraktikerin Sonja Hubert und mich natürlich als Reiki und Yoga-Lehrerin sind dabei wir begleiten euch durch die ganzen drei Tage da kann auch gerne noch Reiki-Yoga Reiki-Massagen gebucht werden oder halt dann Hypnose Behandlung oder so was auch noch kommt es gibt die Tiger-Moves gehen wir durch wo du auch mit dem Teig aus macht die Sonja die Tiger-Moves dass du quasi auch deine Trigger-Punkte deine Selbstheilung aktivierst Bohngriffe für Erste-Hilfe-Bohngriffe wenn wir den Teilnehmern mitgeben auch für den Alltag dass sie einfach irgendwelche Tools haben wenn jetzt was ist wo ich sage aha heute ist Sonntag jetzt erreiche ich niemanden was mache ich denn dafür machen wir das dann auch genau aber natürlich auch das Detoxen es geht um Clean Eating das heißt auch bewusst essen was esse ich da wo kaufe ich das ein was hat das für Nährstoffe was braucht der Körper was braucht er eigentlich weniger wie funktioniert das also da leiten wir durch das ganze Wochenende das ist vom 8. bis 10. März in Werbach in dem schönen Hotel Bel-Maiso oder wenn man das auch immer ausspricht ähm genau also wir freuen uns schon sehr drauf auf jeden Fall die geballte Kompetenz ist dort ja genau also es wird bestimmt mega 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 also es klingt schon sowieso vor allem ich habe gehört bei dem letzten Retreat hast du irgendwas gemacht mit Schokolade Kakao-Zeremonie genau ja das ist ja mega was ist das eigentlich genau ja das ist der pure Kakao der quasi wie so zeremoniell auch vorbereitet wird und das ähm der Kakao tut quasi nochmal dein Bewusstsein öffnen sagt man je nachdem wie hoch die Dürre sich ist also man sagt man kann auch zwischen 25 und 45 Gramm pro Person pure Schokolade also wenn du je höher das dosiert ist desto mehr ist es natürlich dieses spirituelle ähm Ritual die dann quasi nochmal ist auch ein Herzöffner dass du dann ganz bewusst das nochmal wahrnimmst und ähm dich einfach mal drauf einlässt also das ist wirklich so ein Bewusstseinsöffner aber je nachdem wie hoch die Dosis ist und es war auch ganz toll dass ich dann auch ähm eine Meditation dazu gemacht habe und ähm jeder durfte dann reflektieren und hat auch am Anfang der ähm des Retreats quasi warum er sich das heute gönnt warum er da ist also quasi eine Intention setzen was möchte ich heute eigentlich warum bin ich da und manchmal geht mir einfach irgendwo nur hin weil jeder sagt ach da geht er mal hin und man weiß eigentlich gar nicht warum ja stimmt ja es ist einfach diese 10-15 Minuten einfach mal bewusst in sich kehren sagst was möchte ich eigentlich aus diesem Tag heute mit rausnehmen möchte ich einfach nur Ruhe haben möchte ich irgendwas verändern oder möchte ich für mich irgendwas herausfinden und das ist so dieses Zeremonielle viele mögen es auch nicht weil es wirklich schon einen Eigengeschmack hat jeder weiß wo pure Schokolade ist das zieht einem eigentlich den ganzen Gaumen zusammen und dieses Zeremonielle ist auch schon sehr dickflüssig und es wird auch mit Kräutern ähm vermengt da ist zum Beispiel immer Cayennepfeffer ist drin um das einfach noch mal zu verstärken Zimt ist drin ähm man kann mit Rosenblättern verstärken mit ganz vielen verschiedenen Rezepten gibt es da ähm ist gerade auch so ein ganz tolles ich sage mal zeremoniell um so einen Tag oder so ein Retreat einfach zu beginnen ne ja mega also da bin ich ja richtig neidisch das hätte ich auch gerne gehabt aber es hat leider nicht gepasst ne vielleicht nächstes Jahr oder es sind ja jetzt noch ein paar Üblichkeiten äh ich wollte jetzt dann im Mai, Juni vielleicht noch mal eins organisieren auch so ein Ein-Tages-Retreat weil viele können einfach am Wochenende sich nicht so ein ganzes Wochenende freischaufen so ein Tag ist aber dann auch schon mal ähm wie eine Woche Urlaub würde ich jetzt fast sagen fast ne ja ne also da fällt mir noch einiges ein sehr sehr gut ja auf jeden Fall also wer Fragen hat meldet euch hier die Internetseite von der Yvonne schreiben wir hier hin wie die Yvonne schon gesagt hat sie startet bald ihren eigenen Podcast auch den verlinken wir hier ja also folgt ihr gerne für mehr Fragen natürlich wie gesagt ihr könnt jetzt schon fragen aber das wird bestimmt mega spannend sie hat es ja schon angedeutet ne was ist Energie und so und dann ist das alles so Fragen man kann es echt oft nicht greifen und ähm ja ich finde Yvonne kann es auch wirklich gut erklären und vor allem ich finde du erklärst das auch nicht so hokus pokus mäßig ne also sondern ganz normal ähm ganz neutral und somit kann man es auch gut begreifen gut aufnehmen ne und man hört ihr einfach gerne zu es ist einfach so ne schön das muss man sagen ja in den Workshops zum Beispiel fragt mich immer sind tauchen eigentlich immer dieselben Fragen auf und deswegen bin ich dann auch zur Idee gekommen den Podcast zu machen und ich hab danach schon mal gegoogelt gibt es irgendwie was mit Energiearbeit aber es gibt eigentlich nicht wirklich was ne oder wie man die Aura reinigt wie man die Chakrenreinigung macht das hat ja eigentlich auch nichts mit Reiki zu tun kann ja jeder machen also von daher würde ich das glaube ich ganz gern starten hab mich aber noch nicht getraut doch du traust dich weil jeder hätte da wirklich Spaß dran weil das fand ich auch so ein tolles Feedback bei dem letzten Reiki 1er Kurs man muss sagen wenn man Reiki Meister ist dann darf man auch bei der Yvonne an den Reiki 1 und Reiki 2 Kursen die sie macht teilnehmen und da fand ich das Feedback auch gut das stimmt wirklich Yvonne und zwar da waren Damen dabei die kannten dich ja gar nicht die haben dich dann auf dem Bild gesehen was du bei Facebook und Instagram hast und da war so das Feedback ja dieses Leuchten was du über ein Bild auch ausstrahlst ja und vor allem du hast ja vorhin schon gesagt du bist 52 das glaubt dir niemand Yvonne es glaubt dir wirklich niemand und wenn man sie live noch sieht diese Energie spürt und immer die gute Laune und das Strahlen also deswegen du brauchst einen Podcast Yvonne weil ich bin der Meinung wir müssen mehr positive Energie in die Welt tragen und das ist auch so unser Ziel sag ich mal von dem Podcast einfach mehr Freude Spaß Achmut Dummzeisch wie man sagt in der Pfanne aber eben einfach auch Positivität und Anregungen in die Welt zu tragen weil Negatives haben wir genug und Yvonne wir brauchen deinen Podcast für gute Laune und Power ja ich merke ja immer mehr die Leute sind immer mehr gestresst die sind immer mehr im Burnout ich merke das jetzt bei den Massagebehandlungen da kommen junge Mädchen die sind noch keine 30 die sind fast am Ende die sind echt durch und denen dann sowas zu geben sagt hey guck mal hier guck mal da guck mal was da ist mach mal Reiki mach mal Yoga tun wir dann auch eine Reinigung machen also das sind alles so Dinge die ich gerne gerne weitergeben möchte also ich finde man merkt es ja auch dass die Menschen immer mehr danach verlangen weil zum Beispiel dieses Thema Raunechte also ich kenne das erst zwei Jahren aber wenn man das betrachtet das ist ja was das kommt aus dem Mittelalter ja also das haben die Menschen schon ganz viel früher ach Gott Jahrhunderte vor uns quasi gemacht und jetzt kommt es wieder so auf aber warum kommt es denn jetzt wieder so auf weil die Menschen das brauchen einfach dieses in sich gehen die Ruhe das merke ich schon die Tendenz merke ich schon eigentlich seit ein paar Jahren dass die Leute nach was suchen ja ähm und trauen sich aber danach nicht so die deswegen probieren die auch ganz viel aus ne aber die Leute suchen wirklich ähm Sachen die wo sie sich selbst unterstützen können ne ich meine wir wissen alle in der Ähm Arzt bis du mal einen Arzttermin kriegst oder so ne dann kriegst du bist du einfach nur das ist ja kein Vorwurf ne aber die Leute suchen einfach eher das weil irgendwie das Gefühl da ist dass keiner ihnen irgendwie helfen kann ne keine Termine bekommen ne ja also ich sag's mal sei es jetzt gesundheitlich oder auch wirklich mental ne also Leute suchen einfach einen Strohhalm um einfach vielleicht nicht ich sag mal dieses negative Burnout da reinzukommen ne also das ist natürlich das ist schlimm wenn man es schon so weit kommt ne weil dann hat der Körper dir wirklich viele Zeichen geschickt bis es so weit gekommen ist aber eben ne also auch die ganzen gesundheitlichen Zipperleinchen die man hat äh wenn es jetzt so ein Hautausschlag ist der nicht weg will ne kommt ja irgendwo alles von es ist zu viel und man muss irgendwo was finden wo man für sich selbst was tut ne Rückenprobleme also ich muss ja immer sagen ja so als ich in den Niederlanden gezogen bin gab es so ein kleines Buch ähm äh Niederlande für die Rosentasche oder irgend sowas wo dann immer so die Do's and Don'ts äh für die Niederlande dreinsteht und dann stand da drinnen und das fand ich echt damals ähm schon ich würde nicht sagen schockierend das stand dann da du wirst in einer Apotheke in den Niederlanden keine Kreislauf-Trupfen kriegen hä und dann hab ich mir gedacht hä die haben doch auch Kreislauf-Probleme und das steht unten drunter weil jeder Niederländer nur Fahrrad fährt ok das ist die Bewegung also kannst du davon ausgehen dass in Deutschland klar die 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 Fahrradwege sind natürlich nicht so ausgebaut äh wie in wie in den Niederlanden aber dann heißt es die Niederländer haben quasi mehr Bewegung wir haben dadurch eigentlich gar keine Kreislauf-Probleme also ja also ich sag schon wie wenn so eine wo du sagst äh in Deutschland sagst oh ich hab Kreislauf-Trupfen ein paar Tropfen nehmen aber vielleicht würde einfach eine Bewegung mal mit dem Fahrrad fahren den Kreislauf mal zu pushen genau den gleichen Effekt haben das stimmt ja aber auf die Ideen kommt man gar nicht ne nee weil weil ich sag jetzt mal festgefahren ist es ist so festgefahren und auch ich nehme mich da nie raus also aber dadurch dass ich weggezogen bin und sehe das von ja Distanz und sehe wie das hier gehandhabt wird und wie das ich meine das ist nicht alles auch gut hier ne also ich meine das hat beides seine Kontrast aber ich sehe dann wie die hier mit umgehen und wie in Deutschland damit umgegangen wird in in Deutschland nach sechs Wochen Krankenstand übernimmt die Krankenkasse hier bezählte Arbeitgeber zwei Jahre deswegen machen die ganz viel Prävention für die Mitarbeiter dass die nicht krank werden ja wie Massage ganz andere Herangehensweise genau ganz andere Herangehensweise wo ich dann sage das kann man ja auch in Deutschland einführen ne also dass man gesünder lebt oder irgendwie auch Massagebuch das ist das kann der Arbeitgeber absetzen aber für die Mitarbeiter ist dann wieder was also das ist immer so eine Schleife ne ja ich finde auch wirklich wenn man auch einfach mal eine Woche oder 14 Tage im Urlaub war also wenn man da hinkommt also ich bin halt so ein unheimlicher Energiemensch wirklich also keine Ahnung ob das jetzt durch die ganze Arbeit kommt oder ob es generell so ist aber ich finde man nimmt so also ich nehme unheimlich wenn ich wohin komme Energien war ne und wenn ich dann mal rauskomme jetzt sage ich mal zum Beispiel wenn wir nach Kroatien fahren das ist ja ganz ruhig wir sind da ja für uns das hat ja nichts mit Touristen Partyurlaub zu tun ne dann merkst du erst mal wie so der Ballast dieser ganzen negativen Energie von einem abfällt obwohl ich mich ja gar nicht so hier mit Menschen viel umgebt ne also man merkt so diesen Druck der da irgendwo auch mal abfällt ne das ist auch bei ganz vielen Menschen die zum Beispiel sagen wo der Körper total ausgelaugt sind die arbeiten und denken sie machen Sport um dass sie ihren Ausgleich haben aber die gehen nach Renner die gehen ins Fitnessstudio was natürlich auch wieder den Körper pusht ja und wie man im Reiki weiß es gibt ja auch die geistigen Gesetze es muss alles in Balance sein wenn du nur Arbeitest und Stress hast und dann gehst daheim und gehst und rennen und hast wieder Stress für den Körper der kommt nicht zur Ruhe ja das ist halt das Tolle deshalb kommen die Krankheitsbilder dann raus ja das ist halt das Tolle bei so einem Ein-Tages-Retreat oder wie jetzt bei dem Reiki-Kurs du kommst einfach schon in den Raum wo man spürt einfach so diese Ruhe ja obwohl man vielleicht gar nicht ich meine ich arbeite ja von zu Hause aus also ich habe ja nicht viel Lärm aber irgendwie man spürt innerlich so einen Drucken so einen Lärm und wenn man dann wirklich mal so sich die Auszeit nimmt wie gesagt wenn es auch nur ein Tag ist man spürt so die Ruhe und merkt wirklich wie du gesagt hast es ist wie so eine Woche Urlaub obwohl man nur vielleicht sechs Stunden dort war genau 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 also ich gefühlt das ist wirklich wertvoll und viele sagen ich kann mir das nicht leisten oder so also das ist eigentlich ein Quatsch das ist so viel mehr wert für deine weitere ja also ich darf immer so also Yvonne zu dem Kostenpunkt habe ich ja sowieso eine Meinung also ganz ehrlich ich glaube richtig leiden tut hier niemand weil ganz ehrlich es reicht für 300 Euro Friseur es reicht für 70 Euro was weiß der Kuckuck Augenbrauen Mikroniedling Wimpern falsche falsche Nägel ich weiß nicht was die Leute alles machen für das reicht immer aber wenn es dann so Sachen sind wo ich immer sage hallo man kann doch nicht an seiner eigenen Gesundheit sparen und man macht es ja wirklich für seine Gesundheit ja aber das sind Prioritäten die die ja ich setzen ja das sind Prioritäten das ist nicht das Geld das Geld ist da aber die Priorität ist eine andere und es kommt halt noch hinzu wenn man mal krank ist würde man alles dafür geben und alles bezahlen wieder gesund zu sein und dann wird es richtig teuer weil natürlich muss man auch nicht drüber diskutieren die Leute natürlich mit Krankheiten Geld machen die wissen die Leute sind verzweifelt die wollen gesund werden die machen alles was gesagt wird aber anstatt dann vorher mal zu sagen hey präventiv ich mach das jetzt einfach mal und lern mal ein Tool wo ich mich selber ein Stück zurücknehmen kann investiere in mich selber in meine Persönlichkeitsentwicklung in meine Gesundheit ne also da sagt man dann nee mach ich nicht also deswegen mit solchen Leuten bin ich schon fertig ja also ich je mehr ich natürlich die Ausbildung gemacht habe was natürlich auch viel Geld für mich war ich hab mir das auch immer abgespart hab das gemacht aber du merkst dann du willst dann immer irgendwie weitergehen weil du dann immer mehr in diese Thematiken bist wie ich jetzt mit der Reiki Ausbildung da bin ich ja auch mit der Mutter zum Kind gekommen dann hat es geheißen hier ich hab hier drei Teilnehmer die würden gerne Reiki eins lernen Yvonne wie sieht es aus du bist so Reiki Lehrerin schon die gemacht keine Ahnung und dann noch auf Englisch also musste ich erstmal alles übersetzen die ganzen Dokumente fertig machen Urkunden entwerfen also das war dann schon ein bisschen echt schön danke aber das war alles dann so ein Prozess aber da hab ich auch so einen Schubs gebraucht ne so ein bisschen und ich hab's jetzt mal ich hab's mal nur mal kurz noch mal zurück zu kommen ich hab's mal aufgeschrieben ich hab den Niederlanden 20 Menschen Reiki 1 beigebracht wow 8 davon Reiki 2 andere sind noch gerade im Petto die dann noch weitermachen wollen ich glaub das sind nur 5 oder 6 die auch noch 2 machen wollen aber wir noch keinen Termin gefunden haben und in Deutschland das fand ich dann von wenn du es so prozentual siehst ja insgesamt 12 Reiki 1 8 davon haben Reiki 3 gemacht und von den Reiki 2 haben 5 den meisten angefangen krass ne wenn man es so von der Statistik her sieht wenn man mal infiziert ist dann und das Lust was heißt das Lustige aber das Interessante ist ja dass von uns Meistern die meisten sagen so wie ich auch wir machen das für uns also gar nicht die Intuition sondern wirklich für uns persönlich ne ja hab ich damals ja auch gesagt ich hab den Meister und dann hab ich den Meister gesagt und dann hab ich gesagt naja jetzt kannst du den Lehrer auch noch machen ne also hat damit nie die Intention zu lehren und wenn ich heute mal eine Lehrerin frage die jetzt in ihrem wohlverdienten Ruhestand ist aber trotz allem immer noch für Fragen und so immer noch für uns alle Schüler da ist so wie ich das natürlich auch für euch mag und die sagt ich hab das wohl von herein gewusst Wahnsinn gell ja 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 aber ich sag mal so den Meister zahlt man ja auch nicht auf einmal das ist ja jeden Monat nichts mehr nicht auch den Lehrer muss man nicht auf einmal zackt ist dann so von daher ist es machbar wenn man die Priorität für sich selber gesetzt hat ne genau genau wie gesagt Leute denkt an euch denkt an eure Gesundheit tut was für euch und hört wieder auf eure innere Stimme so ist es das war jetzt ein toller Abschlusssatz Yvonne wieder wie meine Webseite auch ist energize your life ja das stimmt vielen vielen Dank dass du da warst Yvonne wie gesagt wer Fragen hat gerne hier unten ja und ja ich freue mich dass du da warst ich beende jetzt mal die Aufnahme vielen Dank vielen Dank bitte liken abonnieren und wie gesagt kommentieren kommt bei mir auch ein Herz ne habe ich nicht heute möchte es nicht aber Yvonne hat Herz ich Herzchen gehabt ja ich Untertitelung des ZDF, 2020